Musik Ihr wollt bereit sein? Beweist es! Fans, soweit das Auge reicht! Willkommen in Tokio! Zeit für explosive Action! Hier ist Motornado! 3, 2, 1, los, los, los! Zeigt mir, was ihr drauf habt! Packt Zahnräder in euer Auto, dann fahrt ihr in den Motornado zum Pumpen! Je mehr Zahnräder ihr habt, desto mehr Punkte erhaltet ihr beim Detonieren! Das Team mit den meisten Punkten gewinnt! Oh Mann! Einfach eliminiert! Verwärme! Oh ho! Alba erzielt eine heftige Fremdverschrottung! Boom! Weckesteckt wie ein Champ! Manchmal kann man die Arena für sich arbeiten lassen! Jammer nicht, sondern trainieren lieber! Ein entschlossenes Übernahmemanöver! Ich hab mich zur Zielscheibe gemacht, Stütz! Das nennen wir in der Branche ein HWF! Ein hochwertiges Fahrzeug! Das sah übel aus! Übernütig, was? Ja! Besser geht's gar nicht! Diese Detonation hat sich richtig gelohnt! Das war ein super Einsatz der Arena-Pallen! Jetzt schieb ich mich auf! Jetzt übernimmt jemand anderes! Ich hab mich zur Zielscheibe gemacht, Stütz! Jemand voll aufgetankt! Mehr Punkte kann ein Auto nicht wert sein! Bereit, den Breaker zu entfesseln! Ich muss schon sagen, diese Action ist genau das, worum es bei Allstars geht! Ja! Besser geht's gar nicht! Maximale Punkte! Selbst ich hätte das nicht besser gekonnt! Dann komm doch! Achtung! Allstar im Heldenfahrzeug! Ich wiederhole! Allstar im Heldenfahrzeug! Auto voll auf die 12! Mitten rein! Ja! 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 Wahrlich ein meisterliches Massaker! Hä? Ich hab mich zur Zielscheibe gemacht, Stütz! Dieser Wagen hat die meistmöglichen Punkte! Jetzt ist dringend Action gefragt! Könnte der Gewicht vertragen! Ist zwar nicht viel, aber diese Punkte sind ein Anfang! Kannst das Ding eh nicht machen! Super Verschrottung! Ich hab mich zur Zielscheibe gemacht, Stütz! Maximale Punkte! Keine Zeit verlieren! Auf zum Detonieren! Übermütig, was? Und wieder ist jemand voll in die Falle gegangen! Willst du mich ärgern? Vielleicht hat da einfach der Ehrgeiz gefehlt. Bereit, das Heldenfahrzeug gleich nach der Ankunft zu fahren. Playboy, packen wir diese Amateure in Stücke. Jammer nicht, sondern trainier lieber. Ein entschlossenes Übernahmemanöver. Oh, der Crash hat gesessen. Wieder eine unglaubliche Performance heute. So löst man eine Falle aus. Dann komm doch! Her mit den Dudelsäcken und Kampfgeschrei, denn hier kommt Claymore! Jetzt fällt mir das. Noch eine Minute. Zieht euch die Punktzahl an. Gute Güte, fantastisch! Wow, das war ein übler Treffer! Ich hab mich zur Zielseite gemacht, stimmt's? Kein Platz mehr für Punkte bei diesem Heldenfahrzeug. Darauf haben wir alle gewartet. Zeig uns den Heldenfahrzeugbreaker! Noch 30 Sekunden. Die Zeit ist doch! Sketch! Weiter trainieren oder weiter verlieren? Ihr habt die Wahl. Soll ein Sieg über solche Schnarchnasen mich etwa freuen?